Die Stadt Essen erwägt der AfD, den für Ende Juni geplanten Bundesparteitag in der Grugerhalle zu untersagen. Am kommenden Mittwoch will der Rat der Stadt Essen über den möglichen Ausschluss abstimmen. Das hat Focus Online exklusiv von mit der Vorlage vertrauten Personen erfahren. Auslöser für die mögliche Absage sind Sicherheitsbedenken, da im Rahmen des Parteitags mit Großdemonstrationen gerechnet wird, bei denen bis zu 80.000 Menschen erwartet werden. Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen sieht die öffentliche Ordnung und Sicherheit als gefährdet an. Bereits im Januar sah sich der Messeaufsichtsrat aufgrund des AfD-Remigrationstreffens in Potsdam und der Vertragslage zu einer Überprüfung veranlasst. Nachdem rechtliche Bedenken gegen eine Absage zunächst bestanden, hat Oberbürgermeister Kufen nun eine neue Begründung vorgebracht. Eine beobachtete Radikalisierung der AfD und eine extremere Sprache der Partei, welche Straftaten beim Parteitag wahrscheinlich machen. Die Grünen im Stadtrat prüfen noch ihre Zustimmung zur Vorlage des Bürgermeisters, suchen aber nach einer juristisch sicheren Lösung. Sollte die Absage erfolgen, müsste die AfD kurzfristig einen neuen Ort finden und wäre finanziell sowie politisch belastet. Die Stadt Essen und ihre Bürger könnten hingegen aufatmen, da Sicherheitsressourcen dann auf die Fußball-Europameisterschaft konzentriert werden könnten.